Ja, das ist schon ein langes Thema mit dieser B10, mit der Fortführung eines des Tunnels hier aus Schildwachtunnel durch Geislingen durch. Schon über 50 Jahre. Wir müssen jetzt versuchen, auf allen politischen Ebenen Druck zu machen. Im Bundesverkehrswegeplan ist die B10 mit Planungsrecht drin, zumindest der Abschnitt hier durch Geislingen durch mit dem Tunnel. Es ist wichtig, dass es jetzt geplant werden kann, aber für uns ist es vor allem auch wichtig, dass es dann auch finanziert und gebaut wird. Und deswegen haben wir heute hier von der CDU-Regionalfraktion eine Vorortaktion gemacht, um zu signalisieren, dass wir hinter diesem B10-Neuenbau stehen und das auch vorantreiben wollen. Wieso Geislingen ist so ein schweres Gebot? Bis Gingen kommt, erst kam bis Süßen, Salach, dann jetzt bis Gingen.